Hallo liebe Facebook-Gemeinde. Heute Abend findet in der Lohner Road Sound Halle ein Konzert der besonderen Art statt. Denn unter dem Motto mein lieber Herr Gesangsverein tritt das Vokalensemble Marienhain mit dem Poetry Slammer Lars Ruppel auf. Neben mir sitzt Chorleiter Robert Eilers. Robert, wie kam es denn zu der Besonderheit vom Chor mit dem Poetry Slammer Lars Ruppel? Wir haben uns auf einer Tagung für Deutschlehrer kennengelernt. Er war als Gast, als Referent eingeladen und ich war so begeistert von ihm, dass ich ihn in die Schulen eingeladen habe. Er hat mit jungen Leuten Workshops gemacht, er hat im Altenheim gearbeitet und dann hatte er später hier im Gullfhaus einen Poetry Slam und das haben wir ein paar Mal wiederholt. Und so ist diese Zusammenheit entstanden und dann war er hier zufällig bei einer Chorprobe und dann sagt er, wollen wir nicht mal zusammen auftreten. Und so ist das entstanden. Und worauf freust du dich am meisten? Ja natürlich zunächst auf die Zusammenarbeit mit dem unbeschreiblichen Lars Ruppel und dann auf ein besonderes Intro, das wir extra für diesen Anlass gemacht haben, eine Art Welt-Uraufführung. Es wird mehrere Loops geben, die noch so noch nie zu hören waren und auf die freue ich mich natürlich auch. Neben mir steht der Poetry Slammer Lars Ruppel. Was verbindest du denn mit dem Landkreisfechter? Mit dem Landkreisfechter verbinde ich grandiose Abende auf der Terrasse der Familie Eilers und daneben wunderbare Abende mit tollen Leuten, die ich hier kennenlernen durfte. Und Torf. Torf? Torf wie? Oder Sumpf. Hier gibt es doch Torf, oder? Ja, genau. Genau, Torf. Und warum jetzt besonders Torf? Weil es das in Berlin nicht gibt. In Berlin haben wir keinen Torf. Und welche Motivation hast du, mit dem Chor zusammen so ein Projekt auf die Beine zu stellen? Es ist immer schön, wenn man neue Wege beschreitet, Sachen macht, die noch nicht da waren, herausfindet, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Kulturdarbietungsformen, was sind die Gemeinsamkeiten und welche Gemeinsamkeiten kann man feiern, welche Unterschiede noch mehr feiern und was passiert eigentlich, wenn man diese zwei Disziplinen aufeinander prallen lässt? Gefällt das den Leuten und wenn ja, wie sehr, gefällt es ihnen nicht? Und wenn ja, kümmert uns das und machen wir es dann nochmal und was ist da noch alles drin und wie nah stehen sich hier eigentlich Wort und Musik? Das Kribbeln im ganzen Körper, das kommt von den Ameisen, so viel ist sicher. Wir sind ins Schwimmbad eingebrochen, du hast Stacheldraht im Haar, wir sind vor dem Hund weggelaufen, jetzt sind wir drei Meter Bretter, vor uns das bodenlose Becken der Dunkelheit. Wir haben bodenlose Becken und nichts zu verlieren, außer den Arschbombenwettbewerb. Wir brauchen keine Badehose, wir haben die Nacht und E-Bock zu tanzen, tanzen auf den prachtprallen Erdbeerfeldern dieser Stadt im Takt der Rasensprenger. Du und ich weiß, weich und warm wie ein Schwan-Schwarm und der Mann im Mond dreht ein Handyvideo von uns, im Schutz seiner eigenen Nacht, wir sind Verglühwürmchen. Verglühwürmchen Im Zander Im Zander